Ja, also heuer haben wir das Niveau noch mal steigern können. Durch Bavaria Monaco haben wir eine neue Mannschaft bekommen und auch die Mannschaften selber haben sie noch mal gesteigert. Augsburg war Halil Altin top da, Tobias Werner, das sind ja auch noch mal Namen, Roy Stapelfeld ist der Nachwuchsleistungskoordinator, der glaube ich auch mal bei Jena gespielt hat. Also wir sind rundum zufrieden. Hoffe ich doch, also ich denke als Titelverteidiger ist man ja vielleicht dann automatisch qualifiziert. Mal sehen, aber heute haben wir auch den einen oder anderen noch mal rauslocken können. Der Jens Lehmann kam noch kurz vorbei, hat die ersten zwei Spiele mitgemacht. Also man sieht, alle haben Spaß hier dabei zu sein, mitzuspielen und ich denke, so wird es auch nächstes Jahr sein. Ja, Team Van Anflanke ist ein professioneller Fußballverein für geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche und ja, wir wollen wie ein professioneller Fußballverein uns aufstellen, wöchentlich mit den Kids trainieren, Spieltage ausrichten an öffentlichen Plätzen, um so auch ein bisschen den Inklusionsansatz zu verfolgen und die Stimmung von außen aufzusaugen. Das bringt den Kindern sehr viele positive Emotionen und steigert dadurch dann natürlich auch das Selbstvertrauen und hin und wieder machen wir dann auch Ausflüge, machen tolle Events mit den Kids. Riesensache, coole Geschichte. Ja, der Initiator war eigentlich unser Trainer von der Herrenmannschaft, der Franco Simon. Der hat den Kontakt zu den Bananenflanken über die Nele Schenker und hat dann gesagt, wir wollen wir nicht da einspenden. Letztes Jahr haben wir die Tabaluga Kinderstiftung gehabt und für uns war es klar, wenn halt Kinder im Vordergrund stehen, gerade auch dann benachteiligte Kinder, dass wir halt da sofort Parade stehen und deswegen haben wir uns für die Bananenflanke entschieden. Ja, ich glaube, also ich habe es vorher auch schon mal gesagt, da kann ich einfach nur jedem empfehlen, einfach mal nachschauen, googeln, Homepage, sich informieren, da gibt es ein tolles Projekt über Kinder, über körperlich und geistig behinderte Kinder, denen wir ermöglichen, Fußball zu spielen, Training zu haben, Spiele zu haben, was alles in den normalen Vereinen nicht möglich ist und wie gesagt, gerne mal reinschauen, durchlesen, vielleicht kennt einer jemand, der ein Kind, das für sowas in Frage kommt, also es ist wirklich ein hervorragendes Projekt und wirklich stark auch heute vom Veranstalter, dass wir hier uns kurz präsentiert konnten, uns vorstellen konnten und dass auch ein paar Euros zu unserem Gunsten rübergewandert sind. Ja, mehr als zufrieden, also wir sind bei sowas und generell auch für jede Unterstützung dankbar, in Form natürlich von finanziellen Mitteln, aber auch vom menschlichen Herzgut und Leidenschaft. Das ist uns auch immer ganz wichtig, dass da auch Herz dabei ist und wir nicht nur irgendwelche Summen überwiesen kriegen, auch wenn uns das natürlich auch hilft. Das ist eine super Summe, also wir haben mit so viel nicht gerechnet und sind extrem dankbar dafür. Ja, also wir werden jetzt heute mal ausgiebig feiern, es ist ja jetzt noch eine Players Party im Anschluss geboten, die war letztes Jahr schon brachial mit knapp 350 Gästen und glaube, heuer toppen wir es nochmal. Und ja, ab morgen wird dann erstmal das Wochenende ausgeklingt quasi oder ausklingen lassen, sag ich mal. Und nächste Woche planen wir schon das neue Turnier, also sprich den achten Cup quasi. Und dann schauen wir mal, lasst euch überraschen. Also wir stehen am Anfang des Vereins da sein und freuen uns natürlich über die Spende per seh. Und am Anfang waren wir schon ein bisschen irritiert. Ja, was machen wir jetzt mit dem Geld? Was passiert denn damit? Aber jetzt, wo wir uns halt so ein bisschen steigern im Umfang und unseren Tätigkeiten auch, stellen wir schon fest, dass das Geld relativ schnell auch dann wieder rausgeht. Also Trainer finden sich nicht so leicht. Viele Studenten, die wir natürlich als Zielgruppe auch sehen, also Sonderpädagogen oder dergleichen, die müssen halt vielleicht, um ihr Studium zu finanzieren, nebenher arbeiten. Und um dann vielleicht diesen Nebenjob aufzugeben, können wir dann vielleicht mit einer Aufwandsentschädigung eben die Trainer locken. Und dementsprechend, ja, geht da dann relativ schnell auch wieder das eingesammelte Geld raus. Ja, klar. Ich glaube, es war ein gutes Turnier. Wir haben das auch ganz gut gemacht. Turnier sind geholt. Unser Coach, den freut es am meisten, der schon ewig mit dabei war, der Pokal hat ihm gefehlt. Deswegen haben wir uns ordentlich ins Zeug gelegt. Aber es war ein tolles Turnier, tolle Veranstaltung, auch ein guter Zweck dahinter gewesen und von dem her hat es richtig Spaß gemacht. Also unser nächstes großes Event ist der Bananenflanker Budenzauber am 18. Januar in Regensburg, sprich schon kommenden Samstag. Dort werden wieder viele Legenden auflaufen, wirklich ganz großartige Namen. Wir haben tolle Teams am Start und es lohnt sich definitiv, da vorbeizukommen. Denn es ist auch immer ein besonderes Highlight für uns, dass unsere Kids dort spielen werden, sodass wir den Leuten und Zuschauern auch zeigen können, was wir eigentlich machen. Und nicht nur, wie viel Freude uns das bereitet, sondern vor allem, wie viel Freude das den Kids macht, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch den Leuten mit an die Hand zu geben und einfach mal einen Einblick in unsere Arbeit zu geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.